das soll das einmal die weg du willst den babys wieder nur ein ich kann dir eins sagen ich kann die die zurückgeben hallo wie soll ich das schaffen wie soll ich das machen du warst bis jetzt immer freundlich zu mir einmal kannst du das jetzt bis jetzt immer noch sein ich sag dir ich knall dich weg ne wenn du meinst hier einen auf mich töten zu machen knall dich weg geh weg man alma alma hat es ganz schön in sich ich komme dran und das ding alma lass mich doch mal in ruhe und ich bin fast tot ich glaube alma mag mich nicht mehr sie hat mir ein paar mal geholfen und jetzt jetzt ist sie mich ich kann das gar nicht verstehen was habe ich getan aber sie ist ja eigentlich tot also es ist auch egal ausseiten abschließen ernährung alma ernährt sich sie werden ihr nicht mehr lange widerstehen können sie sind in der einrichtung auf still island angekommen und müssen nun ihr team treffen und den tele-ästhetischen verstärker finden sergeant keegan scheint jetzt außerhalb ihrer reichwand zu sein ja der ist äh ich sag mal der ist verloren ok was ist hier los bringt sie in die kammer das ist alma das kleines mädchen ihr eigener vater hat sie eingesperrt ok da ist dieser baum ich weiß ich weiß was wir gut gut dass du weißt was du bist aber was musst du nicht sagen wer das ist die puppe die sie hatte die hat nur ein auge ah ah du musst man ach das spiel ist zu herbe das ist eine eiche das ist definitiv eine eiche das ist dieses holzschaukel und alma ist nicht weit entfernt ich bin drin hier war vor kurzem jemand aber im moment sehe ich niemanden Stokes wir haben hier bewegung viel bewegung haltet sie aus solange ihr könnt aber kein risiko eingehen wenn es zu heiß wird verschwindet ihr nachgefällig ich lasse ihn nicht allein LT sie befolgen den befehl quatsch stellen sie mich vor das Kriegsgericht falls wir überleben back it ich hoffe du bist hier ja ich bin hier ich bin auf dem Weg und ich drehe mich jetzt um weil ich Angst hab dass einmal hinter mir ist durch so ein langes Rohr zu gehen ich würde Paar rauskriegen ich krieg Paar raus nnnn komm du scheiße nnn nnn nn 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 dass Almar sich nicht mehr konzentriert Almar steuert er die Replikas nach dem Viertel-Totwall äh was mach ich da bitte? Trotzdem sind es mir zu viele Achso Granate ja genau Es sind sogar extrem viele aber unorganisiert Ach Scheiße Mit diesen Schrotdingern die hasse ich wie die Pest Und es könnte mal wieder Medipacks kommen oder Almar die mir hilft Aber nur wenn Almar mir hilft nur dann soll sie kommen Also wenn sie nicht hilft dann soll sie auch nicht kommen Aber da ist Morales und ja Ich will jetzt lass mich bitte auf Mach auf Lass mich durch Wichser Der der mich abgeknallt hat ist ein Wichser So ne Scheiße Alter Ja ist klar Alter Fick dich doch Hier Alter Im Gesicht du hässlicher Fick dich doch Fick dich doch Ja Fick dich doch Ich sehe keine Sau Fick dich doch Ey, ich kann da nicht hin Boah Mach auf, Mann Mach auf Geh runter und mach Wichser Ich kann, was ist das, Alter, dein unsichtbare Wand Missgeburten Na, ne Tür Die nicht aufgeht, super Hallo, hier sind Die unsichtbaren Sachen, ne, die gehen mir sowas so auf, die Nerven Die Mucke ist auch nicht grad die geilste im Moment Ach, sollte jetzt organisiert werden Manni, Alter, ich bin hier, warum schießt du hier denn Pass mal lieber auf, wohin du schießt Verdammt, Beckett, du bist mein echt ausgebuffter Drecksack Schließen Manni Genau hier durch Mist Stokes Die Schalttapfel hat einen Schuss abbekommen Kannst du die Tür von dir aus öffnen? Ich denke schon, ein Moment Feuer frei Gut, da war ich Gut, da war ich Oh man, das ist richtig geil auf den Mucke-Schützdingen hier Oh die Mucke, ey Die ist genial Dumm, dumm Ey, so nicht, Mann Boah, die Mucke ist genial Die passt richtig dazu Bringt mich richtig in Stimmung, die Wichse abzuknallen Willst du noch mehr? Und wo? Och Mann, ey Wir sind das noch Vor allem, ich muss die ganze Arbeit machen Zack, 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 zack Du bist jetzt richtig salven Ich hab, die Tür ist offen Manni wird uns den Rücken freihalten Ich will keine Überraschung Verstanden, Lieutenant Du wirst denn, Manny Also, es wäre geil, wenn du mitgekommen wärst, ne Ich mag dich Pass auf, dass Alma nicht kommt Und wenn sie kommt, laufe mein Leben Du wirst es, du wirst es brauchen, Mann Viel Glück Denn wenn Alma kommt Überleben wir beide nicht Stand, clear, off doors Ähm Okay Da öffnet sich eine Tür Stux Ich bin schon of die Tür Ah ig